Rhetorische Faust Gottes, der haut mal wieder einen raus. Vor einer Gruppe erzkonservativer und besonders kinderreicher Katholiken hat Iro Ignoranz gerade wenig subtil angedeutet, dass christliche Kinder für ihn irgendwie wertvoller sind als andere. Sag immer, eine Familie von euch ersetzt mir drei muslimische Familien. Denn, wie heißt es in der Schrift, lasst die Kindlein zu mir kommen, aber nicht die muslimischen, denn die sind nur ein Drittel wert und ihre Eltern zahlen keine Kirchensteuer. Andererseits, er ist 80, er ist 80 Jahre alt, geht bald in Ruhestand. Gut, manche sagen 30 Jahre zu spät, andere sagen, im Alter darf man sowas. Ulrich von Hesen zum Beispiel, meine Damen und Herren.